Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo? Hier, guck dir das mal an. Also das ist Napoleon. Und wie sie sich die Ohren zu halten. Und wenn die das und die Kanone gezündet haben, das wird durch einen unheimlichen Grach gemacht. Gott! Guck mal auf, Wanderwur, Jan. Ach, das ist ja witzig. Cool, oder? Du? C'est là? Napoleon Bonaparte besuchte 1813 die Festung Königstein. Was daraufhin geschah, erfahren Sie in der neuen Dauerausstellung.